hallo und herzlich willkommen hier auf der karte von thüringen ja ich hab mal ganz kurz mir die guten rinder zu holen das sind die ersten vier und die fahr jetzt mit dem schlachthof die anderen die kosten ja nix 1600 9 dennoch mitnehmen den bobby und die beiden von 1008 war meine grenze fertig von 1008 in zukunft dann entsprechend veräußern werden so das sind acht rinder die kommen zum schlachthof mehr habe ich leider nicht also 14 prozent kurz sagen was und die 14 aber sollten gut 14 prozent bisschen irritiert 48 also von 8 von 14 nicht angeht ein bisschen mehr auf wo es eigentlich bisschen irrelevant ist also zu viel ist aber ich sag mal so da ja auch die tage so schnell wir gehen keine normale jahreszeit ist eigentlich auch gerechtfertigt so geht er mal hoch zum schlachthof wir haben noch jetzt ich hab letzten tag oder gestern paletten hingefahren das lager sehr gut gefühlt ja mal schauen was wir da ohne dass das die mögen dass sie und sie brechen die knochen nicht paletten war ein bisschen schwierig dazu einzubringen das war ja ein gewisser punkt hochhalten musste extern stapler dazu haben na gut wenn option so dann können wir entsprechend die rinder heute morgen wir schlachten so hakt es noch nicht bauen da hier die wirken von so hoffen dass es klappt dass wir da genau auch für symbole fahren können wo die länder sind wir beide weinern her ganz gut aber wir haben so viele tiere ja ich wünsche mir alles schön freilag und für morgen ein gutes wochenende die wocht war das wochenende was geht nicht ein bisschen eng geraten hier die rinder sind drinnen wahnsinn man muss wirklich aufpassen dass man nicht ein bisschen stückchen bei dem schwein einkommen so wo war es für symbol ich dachte erst paletten kann hier rein aber ist nicht die vorne an der polette irgendwie muss man hier gucken muss ja irgendwo hier ein symbol sein für da hier rindfleisch oh da haben wir nur 80 prozent ja aber gut fleisch, steak burs start halt ist nicht gut die ich werde jetzt mit diesem anhänger vom großen hof fahren vom 3er weil irgendwann kommen sicherlich die nächsten tiere zum hof 3 oder ich werde schweine kommt noch keine wenn vielleicht schafe schafe haben wir noch nicht gehabt bisher aber sicherlich kommen zum herbst nach der ernte das ist ganz schön zu kämpfen der rechner den post ausschalten damit es auch ein bisschen kühler ja was ich machen könnte folgendes ich werde mal zum kies weg hier fahren was da zu machen ist beziehungsweise ja fahren werden wir fahren wir mal den traktor nehmen den stellen wir im hof erstmal ab ich weiß gar nicht erst wo ja die bgh haben das bedient werden das machen wir auch noch so jetzt wind wahnsinn so viel arbeit die brauchen hofmeister die sind hof kümmert ein bisschen aufräumt aber das geht hier nicht so ein KI gibt es nicht ja au3 gibt es übrigens eine neue version 1.108 also ein Punkt dafür und kurz glaube ich vorgestern aktualisiert also das ist schon wieder ein neues da das schaffst du ja gar nicht das macht es beunruhigt mich ein bisschen bis das in der nächsten version neun ls alles funktioniert dauert ein bisschen so mal gucken wo wir hinfahren und zwar Richtung Stahl ich stelle mal rechts hier ab müssen wir irgendwann Gülle fahren so und dann ach hier unser neuer der sollte mich automatisch fahren ne und dann geht nicht dachrennen müssen abkriegen ich stelle die erstmal ab der soll die mädchen automatisch fahren und zwar ist aktuell ähnlich genug da stufe 1 brauche ich so viel 3.000 da brauchen wir nicht fahren mit dem mann traktor und zwar den sprinter bist du immer ein gülle fahren denke ich mal muss ich mal einstellen aber ich denke man müsste man so viel nicht haben äh Gülle ach so die ach die mega ich fahre mal zur Kiesgrube so guck mal eine Karte rein zur Kiesgrube Weinberg Kalkberg Kalkberg hier wird der Hof 2 und 4 mit Schafe und äh durch diesen Schafe Kalkberg haben wir Auto reif und da werden wir gucken Kiesgrube 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 fahren wir auf die Straße rechte Straße und lass es mal hinfahren auf geht's auf geht's warum nicht so lange fährt er sieben Minuten und da lang ah ok ja könnte auch sein das Kalkberg globaler markt winzer gärtnerei löffnere bauzentrum sachfabrik kiesgrube da unten wie gesagt irgendwo ist er doch hin das wäre so eine arbeit führen für den winter nach der ernte nach der schönen mais ernte könnte man da ein bisschen was tun könnte man ja äh paar noch selbe die Kurs sind hier ein bisschen so gedacht dass sie prinzipanal vorbeikommen mit Parktaschen so ähnlich und das dauert ein bisschen länger wenn die K.E. fährt wenn ich fahre vor höchsten zum graben so die paletten dürften sicherlich nur weiter reichen er hat ja eigentlich äh bretter vor ort gehabt müsste eigentlich auch nur noch funktionieren so kletcher gewachsen sieht noch nicht so aus also ich war noch nie im Kiesweg gewesen hier äh von daher das hat mal was gut ist was Neues obwohl ich mich hier nicht so sehr auf äh Produktion versteifen werde ups kurz wo die KI sagt äh weil im allgemeinen hätte ich genug Arbeit äh Landwirtschaft ne gut wer das gerne möchte und machen möchte kannst ja gerne tun ne hat damit kein Problem ey wie ist was los ja schönen Abschlag halten hier ist eine Wiese rechts von uns die 44 Wahnsinn da wurde ich rechts gefahren ne aber gut dass hier jemanden gibt der Kurse eingefahren hat so muss ich das nicht tun ne ja ich bin schon allen schönen Freitag ne wenn schon mal so ist und das ist für morgen ein schönes Wochenstart ne wenn ich das geschafft habe bis Freitag dann sind wir auch reif für den Urlaub fürs Wochenende viel Arbeit nächste Woche also ab morgen komme ich wir morgen wir morgen Sonntag morgen kann ich mal ausschlafen oh ich sehe schon was hier ich sehe schon viele Gebäude danke da sind wir im Kiesberg da sind wir im Kiesberg jo da ist Kiesberg viele Förderbänder gehst du hin na geh mal runter ich habe das Gelände noch nicht gekauft von daher da ist das wird schneller gehen kann man sich irgendwas aufnehmen von grobem Schotter feindschopper schotter hier ist entspricht ja das sieht schon mal aus hier ist nichts markiert okay hier schon so schlammig oder sowas da kann man sich hier kann man sich erkennen hier ist grobem Schotter wahrscheinlich da ist ein Sand was hier oben boxen ach so da geht auch was das kann man hier rein kippen Kalk kann man nicht erkennen hier ist nichts zu sehen hier kann man sich auch was rausholen klein und hier kann man sich mit Diesel herbringen guck mal hier oben an backer arbeiten muss dazu sagen das kenne Kiesberg ja meistens mit dem Radlader aber backern sicherlich auch je nachdem wie wie hart der Boden ist aber wie kann man es abkippen zweimal sogar was kann man hier abkippen Brecherwerk bestimmt Recycling oder hier Steine an sich den großen Steine zu zerbrechen ja was man hier noch machen kann das weiß ich nicht mal kurz gucken wo oben das Symbol R auftaucht muss ja irgendwo sein wenn das nicht geht müssen wir halt mal so einsteigen Gebäude ich hab nicht geguckt vorhin wegen er R mit man zur Not über Tastatur eingeben ne Gasstation sogar Wasser Soweit ist nichts zu sehen kann er um rechts Gebäude wäre logisch ne gut am Gebäude nichts zu sehen dann sagen wir mal gucken über Taste Tue gut da machen wir überall streng geh ach so wir haben wir nicht gekauft ne Schlachthof ist klar Kaltflager Kaltflager ach so Kaltflager gut Kraftwerk können wir nicht haben ihr könnt mal pachten die Angabe für Dünger und für Dingsler ja gut mal gezeigt ne soll ich auch das sollte schon vorher gewesen sein das ist war das Kieswerk wahrscheinlich mal gucken eine Karte Kieswerk heißt ja auch im Grunde Kies hergestellt also gefördert kann man sagen und praktisch zerlegt dann wird es ja so eigentlich ein Betonwerk bearbeitet vielleicht ist das auch hier mit drin Kieswerk A Erde Kieswerk Abraum Kieswerk Abraum Abraum 1 Kieswerk Erde Kies Sand wie ich sagte Kraftstation 2 also schon Kraftstoff sicherlich Beton kommt hier Beton raus ja das wäre logisch ne logisch logisch wird ja hier gemischt das ist da ist ein Zement drin wenn sollst vor dem seit morgen geht es hier weiter morgen fahren wir zum Kallweg tschüss berühm ist bis 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 zum nächsten Mal.